Weltweit gehen alle Jungen um die 2 Mio. Mäderscheu Jungen von kleinem und sexuell ausgebäut, mit schlimmen Körperlöschen und mentalen Konsequenzen. Das geschieht der Präsen an dem Tourismus. Dags handeln Täter an der Öffentlichkeit. Zwar viele sind sich durch Anonymität am Ausland geschützt, aber sie sind nicht unsichtbar. Seht abmerksam, wenn z.B. eine Person keiner ob der Plage sexuell belästigt. Oder an einem Restaurant erjungen, ob eine unanständische Monee bereiert wird. Vielleicht sieht ihr auch, wie ein Mann an einem Fliegerfoto erweist, die erkennt, er jungen Mädchen in ansexualisierten Positionen. Sexuellen Missbrauch von keiner ist strafbar, überall ob der Welt. Die Mischdappers kontaktiert die Lokalpolis oder benutzt die lützebeuer's Plattform childprotection.lu. Heu könnt ihr verdachte Straftorte malen, an dem sie auf der Reportknappsche klickt. Er hat ein weltweites Netzwerk, das sich für den Schutz von keiner gegen sexuelle Ausbeutung engagiert. Können ihr Informationen helfen? Ja, alle Informationen können dazu beidrehen, für Täter von diesen Toten zu identifizieren. Auch wenn ihr nicht sicher seid, seid berauscht. Datoritäten behandeln ja Informationen professionell, aber wissen auch, dass Leute sich ihre können. Helft doch dir mit, weiss Zivilcourage erschützt keiner. Auch an der Vakanz. childprotection.lu